Äh, wir können die Brille nicht tragen, weil wir nix dadurch sehen. Hmm. Einen Stift bräuch ich mir noch von irgendwo her vielleicht. Irgendwo eine Null finden? Ich guck mal in den Chat, warte mal. Warte. Oh, ich bin ein Sucker für fancy Drinks. Äh, Windows? Okay, da waren wir schon drin. Geht's da irgendwo hin? Nee, ne? Haben wir einen Stift im Club irgendwo? Bier-Tabs? Ah, die Anspielung, schön. Okay. Den haben wir schon beklaut. Mit dem Weingläser konnte man nix machen. Er steht jetzt da unter, der hält sich, okay. Hmm. Hi, there. How's your night going? I guess he's not really the talkative type. Oh. Let's hope this works. Na, sowas. Okay, das gibt... Okay. Okay, 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 okay. Das war vielleicht ein bisschen zu einfach. I would hate to rob them of more wonderful numbers. So, okay, dann durch. So, okay, dann durch. Oh, Chisandra, vielen Dank mit Blackfuture 88. Ah, in Loop und Chisandra sind das sogar. Ach, guck mal. Da siehst du mal. Viel Spaß damit. Oh, wie schön. So, warte, warte, warte. Dann, halt. So. Halt, ich muss erst mal auf den Golfplatz zurück. Habe ich gerade vielen Dank gesagt? Da ist der rote Vogel schon wieder. Der macht aber einen... Der pickt da einfach rum, okay? Das soll vielleicht helfen. Der Snow ist zu tief für mich, um zu walken. Der Snow ist zu tief für mich, um zu walken. Oh, ja, ja, ja. Diese machen es leichter für mich, um zu walken in der tiefen Snow. So, Hammer. Und jetzt, äh, da und rein. So. Eine Fanny, Dankeschön. Vielviel Dank. There we go. No one will suspect a thing. Sieht legit aus. Ist so dumm einfach. So. So. Jetzt aber. Das war das schwierigste Rätsel im Spiel. Nice. Oh, ja. Excuse me. Ding, ding. Ding, ding. Äh, also. Tell me about this. Just look. I'm ready. Fantastisch. So. Well, we're back. Are you ready to give it another shot? Or do you want me to give you some tips on form? Schaffen wir. Dat schaffen wir. I was great. Easy. Jetzt pass auf. 6. Remember, you've got to hit a past 500 yards. Ich glaube, 600 schaffen wir. Ich glaube, 600 schaffen wir. Hey, that looks just like the Candy Cane EGX 3000 I play with. M-m-m. Must be a coincidence. Nice hit. Hmm. I can't quite see where the ball landed without my glasses. Did you reach the second or the third marker? Dritte. The third. 600? Am I seeing this right? Uh-huh. Did you reach 600 yards? Ja, klar. Ja, klar. Yep. Oh, my Christmas. That's gotta be a record. Hä, was? Not only are you officially certified, you also get to take home this glorious trophy. Wow, it's so big. Congratulations. Nice. Alright, let's head back. Be a helpful elf and bring my golf clubs. Cool. Okay, haben wir. Hmm, I would hate to deprive the old man of his favorite golf club. I can be decent once in a while. Der ist so nett für einen Dämon, ne? Hurry it up. I gotta get back to the store. I am gonna keep these glasses though. Coming. Okay, dann ist gut. Sehr gut. So, wir haben unser Zertifikat. Leider haben wir den Schläger nicht mehr. Haben wir ein Zertifikat? Wir haben kein Zertifikat, aber wir haben diese schöne Golf-Trophäe. Wow, ein Trophäe proving that I hit a ball really far with a stick. It's what I've always wanted. So. Schön. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, jetzt sind wir drin. So, hallo. Guten Tag. So, okay, warte. Pass auf, folgendes. Hier ist unser Emblem. Excuse me, ma'am. I brought my family crest from the archives. Buffoonery, eh? That sounds about right. Hey. I'm sure you've made your family proud. Hey. I can hold on to this while we process your papers. Brauche ich aber wieder. Das brauche ich aber wieder. Hier ist meine, hier ist meine, äh, brauche ich eine ID? Ich muss gleich mal fragen, was ich brauchte. War das die ID? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall meine Golf-Dingens hier. Excuse me, ma'am. Look at this Golf-Trophy I won. Ach, das Geschenk. Das Geschenk war es, ja. Ja, ja, das Spielzeug. Wow, I'd love to see you play some time. Well, I'm thinking of retiring now that I'm the champion. Oh, that's a shame. Well, congrats. You've certainly proven your swing. I can hold on to this while we process your papers. Mhm, vielen Dank dafür. Und dann dieses furchtbare, furchtbare Spielzeug. Excuse me, ma'am. Check out this awesome toy I built. Hm, I suppose this meets our standards. Ja, weh, wenn nicht. You certainly get points for unconventionalism. Na klar. Good job. I can hold on to this while we process your papers. Snake Flake, dankeschön. Vielen Dank, dankeschön. Well, it looks like you've proven your elvish roots. I hereby grant you access to the castle. Woohoo. Hey, if you're not busy after your shift, maybe we could... Not a chance. Yeah, got it. I'm pretty busy myself. Important missions and whatnot. Okay, well, check you later. So, wir dürfen jetzt da durch. Jetzt dürfen wir durch. Ins Schloss. Reingeht's. Leider Kurt bekommen, aber naja, so ist es eben. In der Zwischenzeit. Wow. Gorgamon the Great, I've just checked in on our little devilish imp. Against all odds, he has successfully infiltrated the elven community. He is about to meet with Claus. Well then, everything is going according to plan. When he's heroes in on the source of joy, that is when we strike. Yes, sir. Oh-oh. Oh-oh. This looks more like a factory than a castle. Um Gottes Willen. Also erstmal, das muss mit. Haben wir eigentlich alle mitgenommen bisher? So viele fehlen da noch? Oh, okay, krass. Ähm, oh, okay, okay, gut. Wir gehen mal, wir gehen mal hier lang. Ich kann hier eh nix, oder? Red Button. A big red button with no indication as to what it does. Sure, what's the worst that could happen? Nothing happened. Let me out of here. Oops. Oops. Somebody. Anybody. Please. Oh, äh, was? Das war ich nicht. Oh nein, so ein Styropor-Ding ist da. Okay, cool, die wird uns, äh, oh. Dafür, das ist schon ein ganz schöner Aufriss dafür, ne? Okay, wir gehen mal rein, ja? Mal gucken. Was? What? Was ist mit deinem Kumpel los? Was ist mit deinem Freund? Oh, das ist Jed. Er ist der braveste Soldat, den ich weiß. Nichts schockt ihn. Er schläft es alles. Es ist okay, Jed. Dieser unbezügliche Besitzer was just leaving. Nein, war ich... Hey, I worked hard to get in here. Yeah, yeah, yeah. That's what they all say. Stimmt aber. I built a toy. Ja. I'm from a special family. Ja. I play golf all day. Ja. Bla, bla, bla. Nein. Listen, Santa's a very busy man, so if you don't mind, skedaddle. What if I don't wanna leave? I mean, are you going to make me? I get the feeling you can't really move from that spot. Seems to me like you were carved from a single solid piece of wood. I can move wherever I just leave. Bye. Oh, schön. So, den wir nicht mal mit. Wieder die ganze Zeit in seinem Bart murmelt. So, Nutcracker. Entschuldige mich, Herr. Entschuldige mich. Meh, ich habe versucht. Du hast etwas gemacht. Ich will nicht, dass ich eine andere Konversation mit diesem Mann starte. Er hat einen richtigen Stick auf seinem Bart. Ich glaube, ich sollte das nicht weggeben. Okay, ja gut. Wir gehen mal hier einfach durch die Tür. Wer wohnt denn so? Wer will denn so eine Tür haben? Wer will denn so eine Tür haben? So. So. Wir kriegen es gleich hin, Leute. So. Skidaddle. War das schon richtig? Okay. Moment. Nein. So. So. Pfff. Wir haben es gleich. Ist das richtig? Ja, doch. Das ging sehr schnell. Wie er die ganze Zeit am meckern ist. Wie er die ganze Zeit am meckern ist. Okay. Rainer. Ähm. Das ist alles so dumm. Ähm. Das ist alles so dumm. Was? Wer ist da? Knuckles? Wer ist das? Wer ist das? Oh, hey there. Hi, Mr. Claus. Are you, uh, busy? Who, me? Oh, of course not. Those Zombies sure do give me a workout, though. These headsets are addictive. Hey, I don't recognize you. The Vaz? Oh, I'm one of the new elves. I, uh, came up from the South Pole. Oh, it's great to have you. What's with all the boxes in the main hall? Oh, yeah. You really must be new around here. Look, I'll level with you. I don't really do much around here anymore. Oh. Delivering toys, riding the sleigh. That's all behind me now. Hmm? I just keep the lights on for the sake of the elves. They love making toys. I would hate to crush their spirits. But what happens with all of the toys that the elves make? I struck a deal with a well-known international distributor. It's been very profitable for both parties. I feel like I'm missing something. What happened? Well, it's simple. The source of our Christmas spirit, the Frost Star, is lost. It wields great power. And in the right hands, it can inspire great joy. And in the wrong hands? Well, let's just say it has the power to freeze an entire continent if someone wanted to. We used it to power my sleigh. And after a night of delivering toys, we would set it atop our great tree until next Christmas Eve. So how did you lose it? Well, it all started one fateful Christmas a decade ago. Rückblick. One of those nasty colds was making its rounds amongst the reindeer. Rudolph was hit particularly hard. He sneezed so hard, he set off a catastrophic chain reaction. Hinten am schlitten. The Frost Star dislodged from the sleigh. Oh, nein! And it fell deep into a crevasse. Nein! A crevasse? Yes, a crevasse. And now it sits, hidden deep in the underground ice caverns. Oh, no! Lost forever. Maybe I can find the star. Oh, you're serious? Well, be my guest. I would be forever grateful if you retrieved it for me. Our tree lacks its shining star. It would bring back hope and inspiration to all of us. So how do I get to the ice caverns? Well, I'm sure Blitzen could fly you there. But it seems our reindeer have been set loose. Was? You'll have to bring him back. Was? Try using the bell tower through the door behind me. His favorite melody is Jingle all the way. He should come flying back for that. And lastly, you'll need a map of the North Pole. Try looking in the National Elven Archives. Okay. Das Spiel ist viel länger und aufwendiger, als ich jemals vermutlich hätte. Hier ist noch ein Bonbon. Briefe. Ei, ei, ei. Christmas tree. Who puts presents under the tree for Santa? Is it Mrs. Claus? Does she do it while he's asleep? So many questions. Ich glaube niemand. Da ist eine Flasche. It's a bottle of Papa Elf's Coughmedicine. Common cold remedy. May also cause drowsiness and slowdown motor functions within minutes. Können wir die trinken? Huh, I guess even Santa isn't immune to the common cold. Eat dirt, you devilish bourbon. Bitte was? Uff, that burn's going down. I feel tired already. Take that, you zombie skull. Snuggles! Na, Snuggles. Warte. Good kitty. Awww. Können wir Snuggles Hustensaft geben? I don't think I should give that away. War doch ne Idee. Ist ja Weihnachten. Bisschen Eierpunsch. So, können wir Santas Brille austauschen? I don't think I should give that away. Nein, okay. So, war das Stocking? Hm. Who fills Santas Stocking? Do the elves fill it when he's not looking? So many questions. Da, ich glaub niemand. Feuer. Und Poinsettias, Weihnachtssterne. Important tip. Always keep Poinsettias out of reach of pets. They are mildly toxic to both cats and dogs. Oh. Als ob die Katze nicht da oben hinkommt. Hier über den Tisch, da über den Stuhl, da oben drauf. Das ist ne Einladung. Und dann noch auf dem Kamin liegen? Na klar. Hä? So, da ist noch ein Porträt von Santa mit dem Gamepad oder so. Könnte auch ein Geschenk sein. Hm, ist komisch. I'm surprised his head fits through the chimney when he's delivering presents. Hey, you know I can hear you, right? Sorry Santa. Please don't put coal in my stocking this year. We'll have to see which list you fall into. Oh oh. Das war auch mein, das war mein erster Gedanke, die Briefe ins Feuer zu schmeißen. Aber ich glaub, äh, nun, Logistik-Bord. Da würd ich aber eher mit Excel, ne? Okay, ich geh mal nach, ich geh mal nach oben. Letters, okay. Ich geh mal nach oben, wir gucken mal ganz kurz. Das Bonbon sehen wir schon. Oh, noch ein Ballon. Ich glaube auch. Das haben wir. Oh nein, wir müssen Jingle-Welt selber nachspielen. Oh puuuh. Oh puuuh. Oh puuuh. Oh puuuh. Oh puuuh. Nein. Oh, jetzt leuchtet die. Nein, jetzt leuchtet die nicht mehr. Okay, mit der fängt's also an, ja? Jetzt läuft die nicht mehr. Okay, wir müssen zuerst die da, oder? Guter Einwand. Ich guck mal kurz nach unten. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Warte. So, warte, warte, warte. Ich stell mir mal ganz kurz hier hin. Lila, gelb, rot, blau, lila. Dann machen wir es mal so. Genau, mit lila und gelb wollen wir anfangen. Lila, gelb, rot, lila. Lila. Im Hintergrund hören wir es auch gerade. Dimm. Dimm. Und dann müsste aber nochmal, nochmal die hier kommen. Nicht grün. Jo, easy. Okay, dann müssen wir da gleich mal hin. Okay, back to the barn. Back to the mansion. So, direkt wieder durch. Er ist immer noch am rumprupeln hier. Warte. Excuse me, mister. Excuse me. Meh. Ich habe versucht. Ja, gut. So, warte. Lalalalalalalalalalalalalala. So. Alleine? Blitzen. Hey, buddy. Du kamst zurück. Warte. Ich glaube, ich brauche eine Mappe, bevor du mich anwenden kannst. Warte. Ja, oh. Hm. Michi, danke schön. Lieber Michi, danke schön. Danke für die Zapps. Danke schön. Hier kommen ein paar Möhren. Habe eine Karte. Du hast es gewonnen. Oh. Krupp, 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 krupp. So, das geht. Nur weil man grummelig ist. Oh, wo ist der Chipmunk? Oh, der ist wirklich weg? Warte mal, wir können jetzt reingehen? Mal sehen, ob ich da rein kann. Was? Wow, ich erwarte nicht, es war so spätös. Was? Okay, warte. Chest of Draws, Kalender? Es ist ein Kalender, mit anderen Chipmunkern. Wie schön. Wie schön, dass hier drin ist. Hier ist noch ein Bonbon. Wie schön. Ich habe nicht immer durch andere Menschen's Kleidung, ich versuche. Oh, eine Karte. Nehmen wir mit, aber mach die Schublade zu. Das fällt sonst auf. Da ist ein ganz kleines Bett. Oh, das Bett ist so süß. Oh. Es ist lockt. Es muss hier ein Kuss sein, irgendwo. Hier unter der... Ich wollte gerade sagen, unter der Bodendiele. Okay, gut. Es ist zu viel Klischee. Es ist zu viel Klischee. Okay. Gut, wir haben den Schlüssel. So. Hm, ein Kuss in einem Kuss. Oh. Das ist nicht genau das Halle, was ich erwartet hatte. Aber ich nehme, was ich kann. Das ist sehr süß. Wir würden einfach komplett mehr klauen, ne? Und hier das Bett. Sieht sehr komfort. Können wir beim Bett irgendwas... Ja, bisschen Hustmedizin rein. Das wird nichts tun. Okay, ich glaube, wir haben genug beklaut. Es ist ein Kalender, mit anderen Chipmunks. Wie süß. Okay, okay. Und ich glaube, dieser kleine Stuhl würde für den kleinen Mann kommen. Dann sitzt er hier immer auf seinem kleinen, auf seinem kleinen, auf seinem Stühlchen und guckt sich da ein Kalenderblätter an. Das ist, das ist schon sehr süß. Das ist schon sehr süß. Okay, gut. Das haben wir alles. Kalender, la, 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 la. Ich glaube, wir haben genug geklaut. Wir gehen mal wieder. Äh, die Zimt-Geschichte ist schon lange durch, Chat. Zimt haben wir schon lange gemacht. Ich fühle mich, dass ich nur ein paar fundamentalen Regeln verbrochen habe. Boah, ich hoffe, der Hass und... Oh! Lauf! Hey, I hope you weren't trespassing, pal. Was? I would never dare. If I find anything missing, I'll know who to track down. Where did you go, anyway? I was off searching for nuts. These elves won't share any with me. They're real stingy. You don't say. Hey, rumor has it you're looking for the Frost Star. You'll never find the entrance to the ice caverns, though, even if you do find a map. Hm? Wanna hear a secret? Of course. I'm great at keeping secrets. I know how to get there. I know my way around these parts, like the back of my paw. Wie, gonna cost you, was? Nimmst du auch Krypto? Wir brauchen drei verschiedene Nüsse. Okay, meine, eine haben wir, Chestnut, also, ne? Drei verschiedene Nüsse. Braucht ihr auch diese Nüsse? Wo findet man denn noch Nüsse? Wir holen erstmal die Map gerade. Huch. Clorenz, Dankeschön. Viel, viel Dank, Clorenz. Ist wahrscheinlich tausend Jahre her, ne? Dankeschön trotzdem, viel, viel Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, warte. Ach ja, das ist ja auch eine Nut. Packing Peanut ist ja auch eine. Ist nicht wirklich eine, aber zählt. Uns fehlt noch eine. Was ist denn hier los? Metal Share? Hä? Was ist denn hier los? Tja, ich suche... Was ist denn mit dem Stuhl los? Was ist denn mit dem Stuhl los? Wir haben Probleme mit dem Fingerprint-Scanner. Hä? Sieht, wie ein Stück Tape hat das ganze Mechanismus verholt. Was? Oh, wow. Das ist einfach... Terrible. Du sagst mir. Wer weiß, wie lange es dauert, um es wieder zu gehen und zu gehen. Das ist ja... Oh, das ist aber... Oh, ich hoffe, das geht schnell wieder heile. Ich suche eine Karte für den Nordpol. Ich schaue eine Karte für den Nordpol. Eine Karte für den Nordpol? Natürlich. Wir haben einen in unserem Nachhinein. Great. Unfortunately, unser Authentication-System ist unten. Also ich werde Ihnen nicht mehr Zugang geben. Hä? Aber ich habe doch schon... Was? Sie erinnern, mein Gesicht? Es ist mir, Todd. Ich sehe viele Leute in und aus dieses Gebäude. Ich kann nur Menschen, die Zugang, based on my fuzzy memory. Ja, aber... Du bist sehr beschäftigt. Ich lasse dich zurück zu Ihren Verbrauchern. Danke. Kann ich ihr mal eine ID zeigen? Ich bin ein Gingerbread-Man. Ich denke, ich sollte das weggeben. Wollte ich auch gar nicht. Okay. Äh, Metal-Chair. Es sieht aus, dass jemand diese Karte verletzt hat. Das ist natürlich ärgerlich. Kann ich vielleicht hier mal aufladen? Das wird nichts tun. Okay, wo sind die Back-Rooms? Hier ist die Desk-Chair. Warte mal. Es sieht aus, dass sie in diesem Manual verletzt hat. Vielleicht wird sie nicht erkennen, wenn ich in ihrer Karte sitze. Komfort. Whoa. Ups. Whoa. Das war lustig. Wow. Ich glaube, das ist, wo sie alle die wichtigsten Sachen halten. Dumb. Dumb. Okay, hier ist Bonbon und Papers. Looks like a recent log of entries. Fruitcake? That's strange. Fruitcake. Okay, warte, ich mach wieder ein Foto. Warte, 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 warte. Gute Nacht, allen die schlafen gehen. Schlaft schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so lange geht. Das ist... Ist das für Geschenke eventuell? Ist das Geschenkrezepte? Nee, ne? Nee, hier, Weihnachtsbaum, Schneemann, das wär absurd. Hut, okay. F-R-T-O. F-R-T-O. Hm, okay. F-R-T-O, warte mal. So many buttons. Dokument... Oh, okay, alles klar. Use Management, alles klar. Ach ja, Fruitcake, nicht Froh-Toke. Kennt ihr keine Froh-Toke? Was ist los mit euch? Habt ihr nicht die Weihnachtstradition von der leckeren Froh-Toke? So, Schleife. Schleife-Vogel... Oh Gott, das sind aber viele hier. Schleife. Vogelkopf. Ah ja, ist kein Vogelkopf, das ist sowas hier. Äh, Bonbon und Schnee. Bonbon und Schnee. Bonbon und Schnee-Flogge. Ich hätt voll Bock auf Froh-Toke gerade. Es ist eine Recipe für Fruitcake. Well, es ist Titel-Fruitcake-Recipe. Ich glaube, das Wort-Order ist wichtig mit dem Schleifungssystem. 2 Ecken, 2 Cuppe Flour, 1 Cuppe Zucker. 2 heavily worn Shoe-Soles, diced. 2 heaping Tablespooner, Sawdust. Well, das erklärt, warum ich nie ein Fan bin. Ich glaube, ich werde das nicht brauchen. Was? Aber, 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 nein, behalt das. Okay. Also kein Fruitcake. Fruitcake? FRTC. FRTC. Okay, also wenn jedes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das wird es nicht sein. FRTC könnte aber der Code hiervon sein. Aber ich weiß nicht genau. Na gut. Ich mach mal erstmal, ich mach erstmal Weihnachtskugeln. Äh, also hier, Weihnacht, wo ist denn die Weihnachtskugel? Das sind zum Glück nicht zu viele Symbole hier. Ist das das hier? Nee. Nee, 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 nee. Ich seh die gerade gar nicht. Seht ihr die Weihnachtskugel? Das hier sieht ein bisschen danach aus, aber, nee, das hier ist doch keine Weihnachtskugel. Das ist so ein Wahrsagekugel. Die Weihnachtskugel, guck mal, die hat hier oben, die hat so ein Zuppel drauf. Aber die seh ich hier gerade nicht. Ach, hier, die wird es sein, ne? Die ist das wahrscheinlich hier. Die hier wahrscheinlich. Okay, dann ein Zylinder. Das ist der da. Dann noch ein komisches... Oh Gott. Ja, bei dem Grafikstil ist das echt nicht gut erkennbar. Ich könnte das hier sein. Ist das das hier? Oh, warte. Das könnte es sein, ne? Ja, okay, dann hier. Und dann noch ein Schlitten. Ich bin nicht... Doch, das müsste ein Schlitten sein. Das ist nicht der hier. Der hier ist es. Okay. So. Schrum, hab ich gesehen, aber müssen wir nachholen. Hab ich vergessen. Club Ice Report. Oh. Looks like a list of recent violations. Oha. Sightings of rats in and around the premises. Numerous complaints of satanic imagery used during performances. Serving patrons who are using fraudulent identification. Was? Huh. This must have been written up very recently. Ich weiß nicht, was die meinen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Fruitcake. F-R-T-C. Okay. Ich mach noch das dritte. Mach ich trotzdem nochmal. Warte, warte. Endlich geschafft. War es so... Wurde das schon so lange gefragt? Ups. Ich bin... Ich bin... Ich spiel hier gerade. So, Weihnachtsbaum. Äh... Schneemann. Warte, Schneemann. Ist, glaub ich, der hier, ne? Kalender mit einer 25 und... Lolli? Jo. Fr-T-C. Mhm, mhm. The Elven Post. Looks like someone took out a full page ad. Nothing kicks the crap out of a cold like Papa Elf's Coughmedicine. Disclaimer. Known to cause drassiness and slowdown motorfunctions within minutes. Huh. Blunt headline, but I suppose it gets to the point. I don't think I'll be needing this. Papa Elf's Coughmedicine. Ich glaub, ich hab's geschlüsseln. Warte mal. Warte. Warte, warte. Papa Elf's Coughmedicine. P-E-C-M. Das davor war... Wie hieß nochmal der Club? Eis? Ne. Wie hieß der nochmal? Achso, hier ist noch ne Tafel. Aber ich will selber entschlüsseln. Wie hieß denn der Club nochmal? Hieß der nur Eis oder hieß der Eis? Der hat auch vier Buchstaben, oder? War das nur Eis Report? Aber selbst das passt, glaub ich, nicht mit P-E-C-M. Ne, okay, das passt nicht mit dem, was ich vorhabe. Ich guck mal kurz hier. Hm, I'm questioning the efficiency of this document retrieval system. At least they got the name right. Okay. Also, angenommen. Wir haben... Dann war's nicht so, wie ich wollte. Warte, warte, warte. Äh, wie ich dachte. Wir haben zuerst die Schleife. FR. Dann haben wir diesen komischen Blömmel. Der Blö... Ich seh Dinge. Der Blömmel. Ist der Blömmel hier? Ne, ne? Seht ihr den Blömmel? Hier ist der Blömmel. Das sieht aus wie CS, oder? Ich kann's nicht erkennen. Beim Blömmel sieht man's leider nicht. Ich mach mal Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, TC könnte es vielleicht sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich mach erst mal... Ich mach erst mal Unterstrich. Beim Blömmel. Wir machen jetzt das Bonbon. Das Bonbon hat KR. Und dann haben wir die Schneeflogge mit CP. F-R-T-C-K-R-C-P. Für Fruit Cake Recipe. Das würde gehen. Fruit Cake Recipe. Beim zweiten haben wir die Weihnachtskugel mit CL. Ich hab ein Auge verloren wieder, ne? Oh. Ich hab ein Auge auf meiner Hose. Wie convenient. So. Äh, dann haben wir einen Zylinder mit BC. CL, BC. Dann haben wir diese komische Nuss. Ja, RP. Äh, RP. CL, BC, RP. Keine Ahnung. Und dann haben wir noch einen Schlitten mit RT. Okay. Dann haben wir einen Weihnachtsbaum. Äh, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Ist das der Weihnachtsbaum hier? Das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum hier. Ein Weggewischter, ne? Das sieht aus wie, okay, TH. Ich probier mal TH. Wir gucken mal. Ein Scharnemann. 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 Der Scharnemann. LV. Kalenderblatt. Was für ein beschissenes System zum Sortieren. Kalenderblatt könnte das hier sein. Ich bin nicht ganz sicher. Fühlt mir was Besseres. Ne, NP. Da ist es, NP. Wir haben NP. Da ist es, okay. Hier ist es. Äh, und dann noch so ein Lolli ST. Und wir brauchen North Pole Map. Also, NP, oder? NR wahrscheinlich. NR. TH. Okay, TH. Weiß ich nicht genau, was TH wäre. Da müssen wir gucken, was hier fehlt. NIRS. Wau mal, dann haben wir NIRS. Aber wir brauchen eigentlich. Ach, das war Weihnachtsbaum. Wieso schreibe ich mir das auf Zuckerstange? Okay, wir brauchen mit vier Buchstaben North Pole Map. N-R-T-H-P-L-M-P oder so, ne? Könnte klappen. Haben wir einen PL? PL haben wir. Weihnachtsmann. Okay, pass auf. Ich mach mal, äh, Zucker, Zuckerstange. Weihnachtsbaum. N-R-P-L-NirS-P-L-NirS. N-R-T-H. PL war Weihnachtsmann. N-R-S-P-L-Baum. Und dann MapMP wäre Stern. Dann haben wir es. Wir haben jetzt NIRSPYMEP So So, mal gucken Zuckerstange, Weihnachtsbaum Zuckerstange Dann brauchen wir den Weihnachtsbaum Shit Dann brauchen wir den Weihnachtsmann, ne? War PL der Weihnachtsmann? Dann kommt der Weihnachtsmann Ich hab mir nicht Baum aufgeschrieben, ich Idiot Dann kommt der Weihnachtsmann Und dann kommt MP der Stern Yo Master Decoder First Try, easy Ähm Das kann nicht gut sein Was? La, 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 la Die, 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 die Yikes That was a close one Gut Kann man ja nicht sterben bei dem Spiel Ach hier, Lever Ich mach mal hier Wir sind mal wieder Der Held Ach, das tut gut Ja, wir sind wahrlich heldenhaft Ich setz mich wieder hin Wir fahren mal wieder weg Schnell raus hier Hat keiner gemerkt Stinkt auch nur ein bisschen Ja, ich glaube auch Die Arbeit wird immer paranoid Okay Wir haben eine Karte des Nordpols Oh Da ist ja schon ein bisschen Ach guck mal hier Das ist ja süß Und das sieht aus wie Ein Fisch mit Krakenarm Und hier das Einhorn Oh Und hier noch so ein Weiß ich nicht was Das ist aus dem Weihnachtsbaum hier Ist schon süß Ist alles sehr süß gemacht, oder? Lebkuchenmann mit so Krakenarm Ich weiß ja nicht Der Cthulhu Lebkuchenmann So, wir haben ansonsten aber Wir brauchen noch eine Nuss Wir brauchen noch eine Nuss Ach so Eine Sache noch mal ganz kurz Können wir eigentlich auch Ne, alles gut Das ist kein Raum Okay Ähm Uns fehlt noch eine Nuss Ich habe eine Vermutung Wo die wohl sein könnte Hat er eine Nuss vielleicht noch drin? Der Schlafende Also er glaube ich nicht Können wir ihn aufladen? Können wir den aufladen? Der nervt nämlich Ich bin vielleicht krügel Aber ich bin nicht so krügel Ach so Okay, ja Ich auch nicht Der hat aber bestimmt eine Nuss Oh, warte mal Hier geht es nicht so krügel Hier geht es nicht so krügel Hier geht es nicht so krügel Okay, das hat funktioniert Die haben wir Aber uns fehlt immer noch eine Nuss Uns fehlt immer noch eine Nuss Können wir bei ihm vielleicht auch? Ich schau mal kurz Ich habe dir nie erzählt, was ich mir zu Weihnachten wünsche Ich habe dir nie erzählt, was ich für Weihnachten wünsche Oh, ja Sonny Geh an und erzähl mir Stretch Armstrong Toy I had as a kid Meine zwei Vorderzähne Was? Was? Ich würde gern Ich würde gern Mit der Dame vorne am Empfang Würde ich gerne Ja, das würde Da auf ein Date gehen Ja Hey Wichtig und richtig Aber schön eingebaut Schön eingebaut Okay, also nochmal Okay Ich hätte gerne Die Stretch Armstrong Figur Die Stretch Armstrong Toy Ich hatte als Kind Hm Würde ich für ein Watt Of Silly Putty Was? Äh, ich glaube so Great Es sollte zu Ihren Residenz In zwei bis drei Geschäftsdagen Okay, aber Aber warte mal Ich habe dir nie erzählt, was ich wirklich für Weihnachten Okay Schau Meine zwei Fronten Ich habe das schon gehört Ich bin nicht sicher, warum People say that Well, it all started in 1944 When a music teacher Asked the students in his class What they wanted for Christmas And that's how the very first handheld vacuum Was invented Was? Was? And then Mrs. Claus said Don't crack the eggs On the edge of the pan To which I replied Why ever not? And then she said And the rest is history Wow Fascinating I've got plenty more stories I can talk about Maybe another time Okay, okay Ja I'll let you get back to your zombie name Ja, okay Make sure you stand back So you don't get whacked in the face Sure Okay, okay Jetzt muss ich probieren Warte mal Oh, okay Schade Wir kommen da nicht dran Ich wollte in die Fresse kriegen gerade So Oh, ich mag das Spiel voll gerne Das ist sehr, sehr cool Sehr viele Sachen drin So liebevoll gemacht einfach Aber wir brauchen Nüsse So Ich hab das Spiel nur durch Zufall gekauft übrigens Und so ein Pack Warte mal Let us walk in Wagon Ah, mein favoriter Farb Hellfire Red Looks like that wheel is a bit wobbly though Oh Can't get enough, huh? Looks like the wingnut is loose Let's see here Lefty, loosey, righty, tighty Oh, oh Oops Ähm Nein Nein, Katz Rats Ich dachte schon Oh, ich dachte schon Und wingnut Ne Nuss That wheel is probably gonna fall off The next time someone uses this wagon Oh, well Not my problem Okay, wir haben die dritte Nuss Ähm Aber Oh Ja Struggles Guck mal hier, guck mal Ballchen Ja, hier guck mal guess what they na Drawing Wow Worked like a charm in der Füllung gehen. So, pass auf, jetzt äh, eine Nuss. Mhm. Okay, hier ist die nächste Nuss, Styropor. So, und die dritte Nuss, da wird er sich freuen, bitteschön. Ein Wingnut? Uh-oh. Ja. You'll reach a fork with unease, take the way lined with trees. Ja. Soon you'll hear relentless roaring, where water never ceases pouring. Ja. From there, safely make your way, seven miles towards an icy sleigh. Icy sleigh? The next direction you shall seek is in the clouds, the tallest peak. V-vas? Five miles towards the crest should do. Perhaps that's too many. Backtrack too. Head two last miles towards a lake that matches a flying animal in shape. That will eventually get you there. Careful now. Enter if you dare. Why all the elaborate riddles? Rhyming helps me remember. Couldn't you have just pointed to the entrance on my map? I don't know how to read that map. Besides, I enjoy watching you struggle. Ugh. Ja, viel Spaß mit deiner Nuss, du Arschloch. Die ich dir geklaut habe. Ich weiß nicht. Wir gucken mal, ja? Wir kommen schon irgendwo an. Fehlt noch irgendwas? Warte, wir müssen hier wieder. Hey! Let's go flying. Jompf. Giddy up. I'll point to where I think we should fly. Äh. Let's try this spot. Woohoo! This is awesome! And to think, all of this time I've just been walking around like a sucker. Yahoo! Looks pretty barren out here. Oh. Seid nicht mal mit? Oh, sag mir nicht. Okay, warte mal. Sag mir nicht, die restlichen Bilder sind irgendwas auf der Karte hier. Please no. Oh, okay. Äh, fast wie ein Avatar. Äh. Maybe I'll stay here a little longer. Hm. Kann ich... Ich kann hier auch nirgends hin, ne? Ich kann hier auch... Okay, das ist nur blitzen. Mehr gibt's hier nicht. Ne. Ähm. Kann ich das nochmal... Let's take a look. The Chipmunk said... Starting from our snowy town, follow the river partly down. You'll reach a fork with unease. Take the way lined with trees. Hier, ja? Soon you'll hear relentless roaring, where water never ceases pouring. Hier? From there, safely make your way seven miles towards an icy sleigh. Icy sleigh. Eisiger Schlitten. The next direction you shall seek is in the clouds, the tallest peak. Hier? Tallest peak? Five miles towards the crest should do. Perhaps that's too many. Backtrack too. Towards the crest? Had two last miles towards a lake that matches a flying animal in shape. Aber two miles? Ach so. That will eventually get you there. Careful now. Enter if you dare. Das ist der Schlitten. Okay, warte. Nochmal bitte. Kann ich das nochmal hören? Okay. Das ist der Schlitten hier. Dann müssen wir hier und dann irgendwo zum icy peak. Ist das dann hier nach oben? Oh shit. Wo ist das Auge schon wieder hin? Klebt das Auge wieder an mir? Nee, ne? Nee. Ich weiß wo das Auge... Das zweite Auge ist wieder weg. Ich glaub... Ich glaub der schläft schon halb. Der hat ein Auge zu. Okay, pass auf. Wir hören nochmal rein. Wow, I have a spectacular memory. Stimmt. Genau, eine Meile ist ein Kasten. Genau, genau. Warte. Let's take a look. The chipmunk said... Ja. Starting from... You'll reach a fork with a need. Soon you'll hear relentless roaring. Hier. Where water never ceases pouring. Das ist genau hier. From there safely make your way. Seven miles towards an icy sleigh. Sieben. The next direction you shall seek is in the clouds the tallest peak. Ja, direction. Five miles towards the crest should do. Perhaps that's too many. Backtrack too. Eins, zwei. Hier. Head two last miles towards a lake that matches a flying animal in shape. Hier. That will eventually get you there. Careful now. Enter if you dare. Wir sind hier. Okay, wir sind hier, äh, unter den, ähm, unter diesen Bäumen. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Wir gucken gleich mal. Ja. Warte. Ah, warte, geht's. Nothing to see here. Äh, wir sind hier. Wow, we're here. I think it would be safe to change out of this outfit now. Ah, much better. Wäää? That elf outfit was starting to chafe. Aber, hä, aber, nein. Halt es doch an, das war doch cool. Oh, halt, bevor ich da reingehe. So viel Zeit muss sein. Und bevor ich da reingehe, nochmal kurz gucken. Ah, okay, alles in anderer Reihe. Okay, 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 so. Weiter geht's. So. Oh, oh. Erinnert mich, erinnert mich jetzt schon an Legend of Kyrandia. So much for following the arrow. I think I've played with that arrow enough. Oh. Sign spinner, okay, ja, ähm. Da lang, da lang, oder da lang? Ich geh mal nach rechts. Oh. 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 Jetzt kann ich nach rechts. Ja. Haps, haaps, 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 haaps. Oh, wie schön das hier einfach ist. Okay, da geht's lang, da geht's lang, da geht's immer noch lang. Ich geh mal zum Licht. Cool. Ich geh mal zum Licht. Wir, wir schauen mal. Wir kommen schon irgendwo an. Wow. Wie schön das hier einfach ist. Kann man hier auch, okay, hier kann man auch lang. Ich geh mal in die Dunkelheit. Schneemann. Schneemann. Oh no. Schnell dran. Oh, you've warmed my heart, young man. My joints had completely froze over. Oh. Let's give this a try. Oh. Ah, much better. Thank you. You're welcome, sir. Oh. Wie lange, wie lange leben Sie denn schon hier? How long have you lived down here? Me? Oh my, well, I've been here my whole life. Since I was just a wee snowball. Oh. Most snowmen would worry about melting away. But down here, the temperatures are sub-zero. I'm worried about turning into a block of ice. Das ist schon süß. Haben Sie vielleicht den Eisstern hier in diesen Höhlen gesehen? Have you seen the frost star in these caverns? Frost star, you said? Oh yes. I remember the fateful night it fell from the heavens and landed into this cold, icy abyss. I know exactly where it is. Oh. Great. Just point me in the right direction. My only fear is that I'll freeze up again. If only I had a big top hat and cozy scarf to keep me warm. Then perhaps I could share the way through this maze of snow and ice. Ja, ich hab dir gern die Nase gegeben. So egozentrisches Arschloch von einem Schneemann. Wie gierig kann man sein? Oh, danke, dass du mich aufgetaut hast und die Nase blablabla. Aber ich hätt gern auch nen Hut und nen Schal. Ja, na gut. Äh, was soll ich nochmal holen? Tell me again, what I should bring for you. A top hat and scarf would be swell. Once I warm up a bit more. Ja, okay. Ja, ciao. Okay, well, I'll see you around. Safe travels, dear boy. Mhm. Ich geh mal hier lang. Hm, this is all starting to look the same. Geh ich mal nach unten? Ah, hab ich mir gedacht. Ah, ich such noch Bonbons. Ah, ah, okay, dann geh ich mal nach rechts. Huch. Mary Lou, dankeschön. Liebe Mary Lou, vielen Dank. Oh, ja, dir auch fröhliche Weihnachten, falls du noch wach bist. An dich und Topfen, ne? Fröhliche Weihnachten, ne? Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich hab Bonbons vergessen, meinem Schneemann. Dann geh ich nochmal schnell zurück. Vielen, vielen Dank, Mary Lou. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Äh, warte, warte, warte. Äh. Hat man hier das Bonbons nicht mitgenommen? Ich seh's nämlich nicht. Und eigentlich seh ich die mal recht flink. Nach'm Schneemann. Hier waren wir auch noch nicht. Hier muss noch eins sein. Bung, bung. Da ist es ja. Bung, bung. Waren wir da oben? Hier hatten wir schon. Hier hatten wir schon. Hier hatten wir nicht. Bung, bung. Bung, bung. Hier waren wir schon. Und hier nochmal. Was machst du gegen Follow- und Raid-Bots? Äh, ich streame besser, damit die in der Menge untergehen. Da war eins, da kann er kein... Hä? In welchem Bild haben wir das denn vergessen? Also hier hatten wir schon. Hier hatten wir auch, ne? Zurück gibt's hier nicht, Leute. Die Bilder sind random. Also wir laufen hier einfach random die ganze andere Gegend rum. Links vom Schneemann. Leute, das gibt's hier nicht. Es ist egal. Guck mal, wenn ich jetzt zurückgehe, landen wir woanders. Hatten wir hier einen Bonbon? Hatte ich schon mitgenommen. Es gibt hier kein Links-Gen oder Rechts-Gen. Hier hatten wir schon das Bonbon. Das war die Kreuzung vom Anfang. Das war das erste Bild. Das Bonbon hatten wir schon mitgenommen, Leute. Jedes Mal drüber die Kreuzung ohne Schild. Aber wir waren... Wir waren schon hier. Das aussieht wie die Anfange, aber ohne Schild. Selbe Kreuzung ohne Schild. Okay, warte. Hier hatten wir schon. In dieser hier hatten wir auch schon, ne? Das ist nicht die Kreuzung. Das meint ihr hier nicht, ne? Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Das kann's nicht gewesen sein. Oh. Jetzt haben wir's aber. Jetzt sollten wir alle haben. Ich glaub, wir haben alle. Ich glaub, wir haben alle jetzt. So. Sag mal her. Oha. Oha. Okay. Dann wieder raus. Wir müssen zurück. Hey Blitzen. Let's go flying again. Und ich würde gerne... Was passiert, wenn ich hierhin fliege? Let's try this spot. Ich bin nur neugierig. Hm. Ich fühle mich, wie ich hier vorhin bin. Okay. Die sind immer gleich aus, ne? Hey Blitzen. Nothing to... Okay. Was passiert, wenn ich hier ins Meer fliege? Geht nicht. Was passiert, wenn ich hier in den Wald fliege? Let's try this spot. Hm. Huch. Tie-Waster. Hey. Hey. Was soll das denn heißen? Nothing to do. Den Navigator haben wir schon bekommen. Und hier die Brücke. Looks pretty, babe. Oh, ich wünschte, es gibt... Ich wünschte, es gibt noch eine Karte davon. Die man aber finden muss. Die dann special ist irgendwie. Zum Beispiel hier oben. Let's try this. Time-Waster, perfekter Erfolg für Gronkh. Ey, ich lese das. Ich habe auch Gefühle. Warte. Äh, ich glaube auch Blitzen verarscht uns. Oder hier beim See. Schade. Wäre cool, wenn ein Stück Karte noch irgendwie anders ist. Weißt du, wenn da noch ein anderes Bild wäre? Aber ich probiere jetzt nicht alle durch. Ah, schade. Schade. Ne, wir fliegen wieder zurück. So, wir sehen uns gleich wieder, ne? Karotten... Ich bin noch unten. Ich bin noch ein sealer. Untertitelung des ZDF, 2020